Herzlich Willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße Sie bei meiner allgemeinen Einführung des Programmieren. Und wir schauen uns jetzt in der neunten Lektion an, wie dieser Programmablaufplan, den wir in der vorigen Lektion kennengelernt haben, ganz konkret in einer Programmiersprache ausschauen könnte. Ich habe hier die Programmiersprache Small Basic, denn in der Regel ist es einfach zu lernen, die Sprache. Und wenn du dich erinnerst, beginnt hier das Programm im Programmablaufplan und es endet hier. Und es bekommt einen Startwert von 1i. Also die Variable i bekommt einen Wert von 1 zugewiesen. Dann haben wir hier eine Schleife und es wird immer wieder i ausgegeben. Das wäre hier Print i, das ist die Ausgabe mit Hilfe der Programmiersprache Small Basic. So verwenden wir den Befehl Print. Und die Schleife wird so lange wiederholt, das heißt der Computer wiederholt die Ausgabe von i so lange, solange i einen Wert von kleiner gleich 100 hat. Und hier While, die Schleife ist While Rand in dem Fall, so lange ausgeführt, diese Schleife, solange der Wert von i kleiner gleich 100 ist, wird i ausgegeben. Wenn der Wert von i gleich 39 ist, denn, das ist hier, diese Abfrage geht immer von if bis endif. Und wenn i eben einen Wert von 39 hat, wird eben der Wert von 61 zugewiesen. Ja, dann werden wir hier, wenn das nicht der Fall ist, dann wird i der Wert von 1 noch zusätzlich dazugezählt, also addiert. Und es wird dann immer mehr. Und solange eben i den Wert noch nicht von kleiner gleich 100 hat, wird die Schleife ausgeführt. Da aber jedes Mal beim Durchlauf, in der Zeile 7, der Wert von i erhöht wird, wird irgendwann einmal, dann der Wert von i dann doch höher sein, und das Programm wird beendet. Und hier läuft ebenfalls das Programm aus. Man sieht, dass es sehr praktisch war, jetzt diese grafischen Ablaufplan vor sich zu haben, die wir im Vorgehend-Liktion besprochen haben, um dann dieses Listing hier besser verstehen zu können. Also es ist sehr wichtig, einen Algorithmus sehr übersichtlich auch darzustellen, und auch vielleicht grafisch noch darzustellen. Und darüber hinaus erlaube ich nur noch darauf hinzuweisen, dass es hier ganz wichtig war, hier zum Beispiel einzurücken, weil man hier so eher weiß, was zusammengehört. Also hier weiß ich sofort, dass die Zeile 4 und 6 zusammengehören, eine if-Abfrage, also ist das der Fall, und dass hier eine Schleife while-vent von der Zelle 2 bis 8 gibt, weil ich hier entsprechend eingerückt habe. Also die Übersichtlichkeit ist beim Programmieren etwas ganz Bedeutsames. Vielen Dank.